Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, unsere heutige Aussprache widmet sich der aktuellen Entwicklung im Nahen Osten. Und eigentlich ist die Entwicklung dort so, dass wir uns regelmäßig über die dramatischen Entwicklungen und die aktuellen Erscheinungen austauen müssten. Die Sicherheitskonferenz wurde schon mehrfach erwähnt. Und wenn man sich die Sicherheitskonferenz der letzten Jahre anschaut, dann kann man sicherlich die Überschrift wählen, Instabilität in der Welt nimmt zu. Die Unberechtigbarkeit ist eine gewisse Konstante geworden. Und das beginnt beim Verhältnis USA-Russland. Da nehme ich überhaupt keine Wertung vor, wer hier wem näher steht, sondern es geht darum, dass schlicht und ergreifend das Vertrauen zwischen den beiden Mächten größer wird. Und das hat natürlich auch in dieser Region Auswirkungen, weil die bisherige Ordnende Hand, die bisherige Mächte, die dort entsprechend Einfluss genommen haben, sich zurückziehen. Und dort, wo man sich zurückzieht, entsteht ein Vakuum. Und in dieses Vakuum gehen jetzt regionale Mächte und möchten selbst Ordnende Mahant sein, selber Strukturen schaffen. Das ging mit dem IS los. Und wenn man sich die Situation, die momentan medial sehr stark dargestellt wird, in Syrien anschaut, dann kann man zu Syrien aktuell nur sagen, dort bilden sich momentan aus dem Konglomerat der Türkei, aus dem Iran, Kurden-Thematik und Saudi-Arabien, Entwicklungen und Koalitionen, die zumindest ich und ich frage, ob jemand anderes dieses in dieser Form vorausgesehen hätte, die man für gar nicht möglich gehalten hätte, die hier eigene Interessen vor Ort haben und ihre Strukturen schaffen. Und es ist richtig, wir müssen alles daran setzen, den Staatsterror in Syrien zu stoppen. Und Herr Annen, das von Ihnen angesprochene Thema der NATO und Türkei und USA und dass dieser Widerspruch da entstand, ich weiß nicht, ob Sie vor einem halben Jahr das vorausgesehen hätten, ist natürlich etwas, was die NATO entsprechend auf die Agenda setzen muss. Aber durch die Tagesaktualität von Syrien kommen ja andere Konflikte gar nicht mehr so in den Vordergrund. Entwicklungen, die genauso gefährlich sind. Der Iran wurde angesprochen und natürlich wollen wir das Atomabkommen beibehalten, aber gleichzeitig müssen wir den Iran ermahnen, eben nicht ein falsches Spiel weiterhin gegenüber Israel, ein falsches Spiel gegenüber den Golfstaaten weiter zu betreiben. Und genauso gilt es für Saudi-Arabien, die momentan darüber vorhanden, selber Atomkraftwerke zu bekommen und in eine gewisse Position zu kommen, die sie auf Augenhöhe aus ihrer Sicht mit dem Iran bringt. Also die Situation, die sich dort vorfindet, ist ja nicht etwas, was sich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren deeskalieren wird, sondern es bauscht sich ja weiter auf. Und das Gleiche gilt mit dem Existenzrecht Israels. Das ist etwas, was auf der deutschen Agenda ganz oben steht. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich alle ermahnen, in dieser Region alles daran zu setzen, dass es eben nicht zu einer weiteren Eskalation kommt. Das gilt für Russland genauso wie für die USA. Die NATO hatte ich angesprochen. Und das Gleiche gilt für die Europäische Union. Europa sollte endlich es schaffen, hier, dort, wo ein Vakuum entstanden ist, mit einer Stimme zu sprechen. Und dort, wo Konflikte zunehmen, ist mehr Diplomatie notwendig und nicht weniger. Ist mehr Einflussnahme notwendig und nicht weniger. Und meine Bitte ist hier, meine Damen und Herren, man kann Erdogan und anderen zu Recht vorwerfen, sie mache in Außenpolitik aus der Sicht der Innenpolitik. Wenn wir unsere Verantwortung ernst nehmen sollten, sollten wir das in Deutschland lassen. Und lassen Sie mich mit Blick auf die Äußerungen des Kollegen der AfD nur eines sagen. Ich weiß nicht, ob die Situation im Nahen Osten dadurch besser wird, wenn, wie gefordert, alle Türken aus Deutschland ausgewiesen werden. Und wie in meinem Wahlkreis während einer Wahlkampfveranstaltung die AfD gefordert hat, so berichtete die Zeitung, wir müssen den Islam vernichten. Ob das ein Beitrag dazu ist, diese Region zu befrieden. Besten Dank. Herzlichen Dank, Herr Radwan. Als nächstes hat der Kollege Dr. Christoph Hoffmann das Wort.